Jetzt sagen sie nicht, es ist wieder Dienstag. Auf die Verpackung kommt es an. Das weiß nicht nur die Lebensmittelindustrie, die den Etikettenschwindel zu einer Art Kunstform erhoben hat. Man muss nur Bio aufs Etikett drucken. Schon wird dem Verbraucher so schwindelig vor Glück, dass er den bedächtig und nachhaltig wirtschaftenden Ökobauern mit Latzhose und Rauschebart vor sich sieht. Die Industrie weiß, was Verbraucher wünschen. Die Ware soll preiswert sein, darf aber nicht billig aussehen. Deshalb kennt die Kreativität der Verpackungskünstler keine Grenzen. Wenn die Fotos der Erdbeeren auf dem Joghurtdeckel appetitlich genug aussehen, verlangt der Verbraucher ja auch gar nicht, dass echte Erdbeeren im Joghurt drin sind, solange es irgendwie nach Erdbeeren schmeckt. Ob Analogkäse oder Digitalschinken, der Mensch ist alles Fresser und dabei dem Schwein nicht unähnlich, dass man, wie wir unlängst gelernt haben, sogar mit Klärschlamm mästen kann. Mich wundert nur, dass sie den Klärschlamm erst noch in die Schweine stopfen, anstatt ihn gleich mit Aromastoffen verfeinert, in die Fertiggerichte zu packen. Wer konkurrenzlos billige Lebensmittel will, darf sich nicht dafür interessieren, wie sie hergestellt werden. Und wer zwei Tage vor Weihnachten die Geschenke bei Amazon bestellt und erwartet, dass sie rechtzeitig zum Fest der Liebe eintreffen, der darf sich weder für die Löhne der alternativen Paketzusteller noch für die Art der Unterbringung von Leih- und Saisonarbeitern interessieren. Da steht ja auch nirgendwo von freilaufenden Mitarbeitern verpackt. Es gehört halt zu den Risiken und Nebenwirkungen unserer auf Produktivität und Wachstum fixierten Wirtschaftsform, dass wir zu einer »Geiz ist geil, weil ich so blöd bin« Gesellschaft degenerieren. Fragen Sie Ihren BWLer oder Politiker. Apropos Politiker, die leben ja auch von und mit Etikettenschwindel. Da wimmelt es von Analogdoktoren oder es steht Sozialdemokrat drauf und Steinbrück steckt drin. Aber egal, denn der Allesfresser Mensch ist auch Alleswähler. Er möchte es nur schön verpackt haben. Und deshalb soll jetzt Stefan Raab das Rededuell zwischen Merkel und Steinbrück präsentieren. Vermutlich wird das neue Format »Schlag, die Merkel« heißen und ab sofort alle vier Jahre veranstaltet. Oder sie nennen es »Unser Star für Berlin« und am Ende entscheidet eine Fachjury, bestehend aus Florian Silbereisen, Günter Jauch, Dieter Bohlen, Heidi Klum und dem jeweils aktuellen Dschungelkönig. Da wäre das deutsche Volk doch repräsentativ vertreten. Bis neulich.